Hey Leute, willkommen zu einer versteckten Quest in Immortals Fenyx Rising. Wir sind hier auf dem Königsgipfel am Thron des Zeus. Der befindet sich genau hier in der Mitte des Königgipfels und die Quest, die wir brauchen, ist hier an der rot markierten Stelle. Um euch besser zu orientieren, könnt ihr mal links oben gucken. Da ist so ein kleiner Steinhaufen, den man sieht. Also das sind Felsen und dann geht ihr leicht rechts runter, schräg runter und da könnt ihr die Markierung setzen für die Quest. Und wenn ihr am Thron des Zeus seid, dann könnt ihr hier erstmal den Thron hochklettern, bis ihr auf der anderen Seite angelangt sind und springt dann einfach runter. Da habt ihr so circa 600 Meter zu fliegen. Und irgendwann werdet ihr sehen, dass da eine kaputte Brücke ist. Jetzt sieht man sie ein bisschen. Und auf dem Ende der Brücke befindet sich die Quest. Ich lasse mich jetzt gerade mal hier runterfallen und schwinge mich dann wieder hoch, damit ich gescheit lande. Und dann seht ihr, dass eure Soldaten gegen eine Chimäre kämpfen und die macht ihr erstmal schön kaputt. Und hier rechts ist eine Statue von Zeus. Hier müsst ihr den Schalter aktivieren und bekommt die versteckte Quest. Ungesehener Ausblick. Und was wir für diese Quest tun müssen, ist ganz einfach. Wir müssen von Statue zu Statue fliegen und zwar genau in die Richtung, in die die Statue guckt. Und also hier unten haben wir gerade schon die nächste Statue gesehen. Ich fliege da jetzt gerade mal hin. Falle aber leider runter, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Aber ihr könnt da locker wieder hochklettern, weil ihr nicht sehr tief landen werdet. Und da vorne ist die Statue. Also ich kletter hier jetzt ganz locker hoch. Und da sehen wir die nächste Statue. Die guckt jetzt in diese Richtung hier. Da müssen wir einfach nochmal runterspringen beziehungsweise runterfliegen. Unten sehen wir eine kaputte Brücke. Da laufen wir hin. Landen wieder drauf. Und vorne ist die nächste und letzte Statue. Von der aus müssen wir auch wieder hier um diesen Felsen rum. Und dort befindet sich eine kleine Höhle, in der wir unsere Truhe und das Ende der Quest erreichen. Also Leute, falls euch das Video geholfen hat, dann lasst mir ein bisschen Feedback da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bis bald. 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 Vielen Dank.